so volle willkommen zur taverne der legenden wir werden die letzten beiden stufen durchspielen wir werden uns den neuen helden ansehen und wir werden dann auch die münzen die wir haben am kopf und ich glaube das sind zwei beschwörung nicht gravierend viel und ja ich war mal so frei und hab mal hier so ein bisschen mit helden hier unten so ein bisschen rumgespielt und so ne nehmen wir mal noch so ein zwei helden mit die wir und lange nicht mehr gesehen haben damit sie mal wieder in action sind nehmen wir dich mal mit wollen natürlich auch ein bisschen bisschen damage da irgendwie drin haben wäre schön wenn wir jetzt jemanden noch hätten der der minions macht mach es eigentlich obwohl es eigentlich auch egal sagen wir mal ehrlich hier nehmen wir dich mit du machst noch minions und ja nehmen wir dich mit damit kongalach da richtig noch so rein pfeffert truppen völlig egal einfach drauf obwohl ich gemerkt habe dass er ich glaube einigermaßen richtig die truppen zufällig drauf packt na also es ist tatsächlich äh verhältnismäßig häufig dass es ähm dass er die richtige truppe auswählt zu dem jeweiligen helden keine ahnung vielleicht äh das alles doch ein bisschen schlauer geworden hier ja wir machen wir das letzte level damit mit vier sterne helden ja ich mein wir kennen das schon das ist nichts äh nichts ähm neues mehr aber falls ihr irgendwelche vorschläge habt ja wie wir das nächste mal die taverna das letzte level machen sollen oder beim goblin dorf oder bei was auch immer schreibt es einfach rein solange ich es um oder sofern ich es umsetzen kann machen wir das gilt natürlich auch für so sachen wie jetzt das luna event ne da ist er auch da können wir auch wieder die letzten stufen machen das machen wir auch wieder mit zuschauer wünschen also von daher ähm schreibt mir da einfach kommentiert unter das video hier unter die videos die dann kommen das ist egal ich lese es ja sowieso und ähm dann kümmere ich mich darum so so hier von fünf relativ entspannt ja beim krieg der drei königreiche war ich ein bisschen an einer stelle ein bisschen ungehalten aber ich habe ich habe ähm hanschi hatte mir einen kleinen controller zukommen lassen den hatte ich zu der sekunde nicht in der hand sonst hätte ich den geworfen aber kann glaube ich jeder nachempfinden ne ich habe auch muss ich fairerweise sagen mhm ich habe auch nicht das hat man aber auch gemerkt nicht so stark analysiert ne ich habe mehr so wie im pvp gespielt so ein bisschen schneller weil wenn ich jetzt auch noch anfange im pvp und sowas zu analysieren hier wie könnte ich da da werde ich ja niemals mehr fertig ne also da pvp mäßig spiele ich schon ein bisschen schneller und beim königreich war es halt auch so einfach weil es halt ähm was soll ich sagen es ist königreich ja es ist jetzt nicht nicht dass wir da irgendwas ähm krasses machen also es ist ich sage mal so die allianz verliert nicht wenn ich es nicht ernst nehme und ähm nicht zwölf von zwölf gehe sondern die verliert eher weil dann 300 offene angriffe sind oder sowas ne deswegen mache ich mir da eigentlich auch nie wirklichen kopf drum weil wir können froh sein dass ich da alle angriffe mache da sollte man lieber auf andere gucken ne und ähm ja also von daher dass das das ärgert mich zwar trotzdem immer so je nachdem wie es läuft ne aber ich würde jetzt einfach mal behaupten das geht jedem so und wenn es einem so nicht geht dann brennt er halt auch nicht für dieses spiel sondern macht es halt so ach ja komm ja dann ist das halt so ich mein da muss man sich ja auch überlegen was möchte man sehen ja wenn einer verliert und sagt ach ja ist ja nicht so schlimm oder wenn einer dann mal wirklich äh sagt was er denkt ich weiß das ach da gibt es gespaltene meinungen zu aber ich bleib mir einfach treu und fertig ganz einfach und was raus muss muss raus habe ich auch schon oft genug gesagt warum ne weil wenn ich das nicht raus lasse dann ähm ich irgendwann so gefrustet dass ich das spiel dann ad acta lege und das will ich nicht das wollt ihr nicht also von daher nein so wir nehmen jetzt diesen eins ich habe li schon genutzt das war eigentlich ein bisschen doof aber das wird schon bringen wir schon hin so wir nehmen jetzt mal lila blau glaube ich agrim habe ich auch schon genutzt ach heyje der richtige scheiße gebaut hier in der ganzen zeit das hast du nämlich wukong mit dann spiel was oben ja passt schon er macht das eigentlich gar nicht mal so obwohl hier war schlecht war nicht richtig weil hier habe ich zwei da war die richtige da hat er auch die richtige hingepackt nur hier nicht aber da habe ich auch nicht die richtige also ach okay war vielleicht auch nur Zufall pf pf oh hey der daus ach so ach der hat mich einmal durchgeschüttelt ey junge junge mhm aber ich muss so ein bisschen vielleicht können wir auch Specials erstmal feuern weil wir haben ja jetzt nicht hier so die ganz krassen Überflieger die müssen wir ja auch ein bisschen schützen machen wir ihn mal an gut sieht oh alle getroffen von Sonja und von Kirill was zum Teufel achso ähm unser Krieg zum Beispiel weil ich jetzt gerade hier mal so locker flockig spiele unser Krieg ähm ist so ein 50-50 Match wir haben ja wir haben ja jetzt unseren letzten Krieg gewonnen und ähm mit paar hundert Punkten Unterschied und sind jetzt an dem Punkt eigentlich wo das ähm wo das ähm wo wir eigentlich schon wieder einen Gegner hätten kriegen sollen wo wir von vornherein wissen gegen den verlieren wir aber aber da wir jetzt gegen unseren jetzigen Gegner schon etwas länger nicht mehr gespielt haben sich die Mitglieder da so auch geändert haben ähm ist es halt für mich so ein 50-50 Match wird also definitiv interessant für den Livestream ja achso und für diejenigen die nicht wissen wann der Livestream ist ähm frage ich wo hast du die letzten Jahre, Monate gelebt dass du es nicht mitgekriegt hast nein ähm Sonntag 17 Uhr ist Start und dann regeln wir im Krieg in der Regel manchmal auch nicht aber in der Regel läuft das eigentlich ganz passabel also ich muss sagen ich bin mit meinen jetzigen Teams eigentlich ziemlich zufrieden so dass ich jetzt nicht sagen würde äh ich muss da großartig was ändern deswegen gehe ich auch relativ entspannt im Moment mit ähm mit den neuen Helden und sowas das alles um ähm ist jetzt nicht so dass mich das alles unbedingt juckt das was mich wirklich juckt sind die Truppen tatsächlich und ähm ich muss sagen ich bin da auch relativ stolz auf mich dass ich das mit den Truppen so durchziehe und nicht bei den ganzen Helden äh schwach werde das ist schon mal eine gute Sache weil wir haben ja im Endeffekt wenn wir beschworen haben dann waren das ja eigentlich nur ähm Münzen oder sowas die wir schon hatten also wir haben ja nicht extra zusätzliche Angebote extra gekauft für dieses Portal ne das haben wir ja nicht gemacht deswegen ist das erstmal so wie es ist ein ein Win in meinen Augen und mein Portemonnaie war mir auch nicht böse weil mein Portemonnaie und ich sind ja eigentlich gute Freunde sind ja auch meinem Geld nicht böse ne dass das immer direkt weg muss also von daher das erstmal alles im guten Rahmen Wukong ist eigentlich glaube ich auch heute ganz passabel drauf ok direkt zweimal verfehlt hab nix gesagt wenn jetzt Sonja trifft dann nehmen wir ihn schon mal los ok noch ein Stein davon jawoll zwei haben getroffen sehr gut so um wen kümmern wir uns denn jetzt ich würde fast sagen um Selin eigentlich wohl Delilah wäre halt auch so ne Kandidatin die man zeitnah mal umhauen sollte also man sieht es ist kein Problem mehr das mit Season 1 zu machen dauert halt zwar so ein bisschen seine Zeit aber im Endeffekt sieht man das gut würde jetzt aber eigentlich gerne das wäre natürlich das schönste wenn wir jetzt Wukong mal ankriegen würden wieder und dann so ne schöne Diamanten Kaskade machen ja so wie es jetzt gerade ist so und dann Wukong an und dann einfach mal gucken was da da rumkommt schade dass der Diamant nicht in den Diamanten reingegangen ist machen wir das so aber hier ist aber auch keine liegen auch nicht ganz so günstig jetzt ist das wieder alles weg 7 Stein hat 7 Schaden gemacht ach das ist ja süß so komm jetzt zack zack verfehlt na gut na komm alle 3 verfehlt ach quatsch komm schon jetzt haben alle 3 getroffen das ist halt auch halt wirklich Lotterie hier mit Wukong ne wenn du Glück hast dann hat er echt einen guten Tag aber halt auch Pech hast dann läuft nicht na komm jetzt ist auch gut langsam hier komm Delilah lass gut sein Mädchen gut gut immerhin auf den Gegenschlag gegangen so Wukong an Lila haben wir drunter alle verfehlen komm schon ja einer hat getroffen aber dann 500 ne also wenn die treffen dann ah genau so und jetzt Sonja bumm daneben ah ein Stein der trifft bestimmt nicht ich wusste ah der Minion der Minion bester Minion so ok das haben wir sehr schön der Kampf ist vorbei so siehts aus sammeln wir mal eben ein hier ist nichts ok dann gehen wir rein wo ist es? Legenden ok also wir haben 2 Beschwörungen das ist schön dann kriegen wir die Kiste auch voll hm wen wollen wir denn hier drin haben? oh Aras Aras ist auch hier drin das ist natürlich auch schön achso er ist Druide Paladin wäre er ganz cool da habe ich ja auch sogar die Truppe für es geht darum wen ich mir jetzt hier hinpacke Evelyn hat ja beim letzten Mal aber wir werden Il nehmen Il und ja komm weil Kiona neu ist ne wir nehmen Perseus so die beiden die beiden möchte ich haben aber wir gucken uns Kiona einmal an weil die ja auch neu ist sieht ähm nicht sehr furchter entflößend aus sieht jetzt aus wie so eine Werkstattmeisterin für Autos während der Corona Zeit also weiß ich nicht gut gucken wir an vorher war sie Schurke mit Spezialboost also mehr Schaden äh dass das Special mehr Schaden macht jetzt ist sie Kämpferin mit Spezialrüstung also im Endeffekt ins Gegenteil jetzt kann sie mehr Schaden einstecken wenn Specials reintrudeln sie hat aber ein Passiv ne wenn dieser Charakter seine Spezialfähigkeit wirkt entfernt er den neuesten Status Effekt Bonus von allen Gegnern das ist ganz nett ähm das sind so Sachen da denkst du am Anfang erstmal so nicht dran und wenn es dann passiert denkst du ja oh ja stimmt da war ja was ganz nett ja das wäre zum Beispiel hier auch so ein Spott ne der dann weg geht ok der der Bluthammer alles klar ähm erstmal vorher gucken fügt dem Ziel 372% Schaden zu fügt dem Ziel 300% Schaden zu ok das ist jetzt deutlich weniger weiß ich noch nicht ob ich das so gut finden soll der Wirka der Wirka und Nah verbündet halt ein plus 45% Angriff und eine weitere 20% Erhöhung wenn jedes mal wenn sie während 3 Züge getroffen werden das ist dieser rote Totenkopf so und wenn wir jetzt hier gucken ist im Endeffekt das gleiche nur für 4 Züge ok ganz ehrlich dann ist das scheiße dann nehm ich doch lieber dann nehm ich doch lieber mehr mehr Schaden ich mein sie ist mittel und ist jetzt ähm geht auf einen ne also es ist jetzt nicht so dass sie jetzt hier äh der Bombenheld ist oder sowas man darf ja auch nicht vergessen sie ist halt schon jetzt 6 Jahre alt hm finde ich nicht gut also ne ne eigentlich nicht ne also wenn dann würde ich die normale Version spielen wenn ich das Kostüm denn hätte also die Werte machen sie ok Special ist aber immer noch nicht gut bei mittlerer Geschwindigkeit auf einen zu gehen und den noch nicht mal killen zu können das ist halt was anderes als bei Shard zum Beispiel ne aber ne dafür muss man nicht beschwören für ihr Kostüm müssen wir definitiv nicht beschwören und dann haben wir noch Nogu Nogu Champion Klasse ja da wurde ein bisschen was äh glaube ich irgendwo geändert keine Ahnung wir haben ja dieses Super Balance Update uns angeguckt was äh was ich mir auf Deutsch habe übersetzen lassen und am Ende sind wir rausgegangen und wussten gar nicht um was es jetzt so wirklich ging deswegen da auch nochmal die Sache wir werden das beim nächsten Mal natürlich alles wieder auf Englisch machen und wenn mir dann einer kommt und sagt ja du musst aber jedes Wort hier eins zu eins übersetzen weil ich das nicht kann und ähm wenn sonst irgendwas aus dem Kontext heraus ist dann werde ich auf dieses Video verweisen wo wir das dann uns auf Deutsch angeguckt haben was ja super funktioniert hat ne also nächstes Mal machen wir wieder auf Englisch so was hat er denn erst mal drei ähm Passivs Passivs Passiva ach ich weiß nicht ja egal Mana Bonus bei erlittener negativer Statusänderung erhält plus 24% Mana Regeneration für drei Züge wenn dieser Charakter eine negative Statusänderung oder einen negativen Stapel erleidet das ist natürlich schon stark ja also er ist sowieso schon schnell und wenn er dann noch irgendeinen negativen Effekt kriegt dann gibt es noch Mana Regeneration dann wird er noch ein bisschen schneller und ähm das willst du ja eigentlich nicht wenn er in der Defensive ist natürlich in der Offensive wenn du ihn selber mitnimmst dann ja guckst du natürlich dass du hingegen solche Leute mitnimmst vielleicht die halt auch äh negative Effekte machen dieser Charakter erhält jedes Mal äh erhält jedes Mal 10% Mana wenn ein Gegner eine Spezialfähigkeit wird okay das kennen wir von von und sowas aber die haben erstmal prozentuale Möglichkeiten ne und dieser Charakter erhält jedes Mal 450 verstärktes Leben wenn ein Gegner eine Spezialfähigkeit wirkt wird die direkt das Leben verstärkt also simples Beispiel wenn Mioni als Gegner ist ne und sie löst aus durch ihre Spezialfähigkeit wird das Leben verstärkt bei den Gegnern und äh bei uns dann in dem Fall auch also er ist eigentlich schon mal der King der Passiva Passivs ja äh da muss es schon wirklich also egal was passiert im Endeffekt leuchtet nach jeder Runde bei ihm irgendwas auf das ist natürlich ähm an sich schon mal sehr gut ja du musst halt dir wirklich nur alles merken was da was da halt passiert Gefahr wenn ich ihn kriegen sollte bei den zwei Beschwörungen jetzt dann ähm ist natürlich die Gefahr dass ich das einfach ignoriere und vergesse und mich freue wenn es dann passiert weil ich nicht mehr dran gedacht habe Angriff verstärkt okay ist erstmal gut wenn er halt ähm auch äh offensiven Schaden macht der perfekte Wurf er ist schnell okay also warte mal hier ähm Champions Family ne hat 35% Angriff wenn er jetzt mit äh Satori zum oder Norman zusammen ist dann 50 oder sogar 65% Angriff Angriff verstärkt 6 Züge lang 20% Angriff ist auch erstmal gut so schnelles Mana füge dem Ziel 460% Schaden zu bei 1380 460% Schaden das ist schon ganz ordentlich ja da trifft der Sperr sehr gut und nahen Gegnern geringen Schaden zu genau das wollen wir nicht unter äh unter den Tisch kehren ne das ist dann 460 bei einem und bei den beiden benachbarten 230 geringer Schaden ist immer die Hälfte so das Ziel und nahe Gegner erleiden 687 Blutungsschaden über 3 Züge 6 7 8 ja hat man auf der Tastatur einfach mal so durchgeklickt wahrscheinlich ich würde froh sein dass es bei der 6 gestartet ist ähm ist gut brauchen wir nicht drüber reden Blutungsschaden über 3 3 Runden ja ist erstmal per se in Ordnung wie viel ist das äh 200 äh 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 28 ne äh 6 26 ok ja ähm ist ok kann man erstmal so stehen lassen während der nächsten 3 Züge wandeln das Ziel und nahe Gegner hm also beim Gegner die 3 die getroffen worden sind das gesamte verstärkte Leben in eine Verringerung des maximalen Lebens um so das heißt erfeuern jetzt auf Mioni von mir aus ja und ähm da hast du das dann so dass im Endeffekt dann wenn Mioni auslöst ihr verstärktes Leben macht wird es umgewandelt und geht halt in das ähm in die Verringerung über ok ist also im Endeffekt ein schöner Konter sowohl vom Special hier als auch hier vom vom Passiv gegen ähm Überheilungshelden ne das maximale Leben wird für Ziele noch weiter verringert die bereits von verstärktem Leben profitieren maximale Leben wenn verstärkte Heilung umgewandelt wird wird die Verringerung verdoppelt wenn das Ziel bereits ok ok ja das kennen wir ja mit diesem Verdoppelten ne das ähm ist ja sowieso schon ähm wenn du Helden wie Horus oder Aradia oder sowas die kriegen ja sowieso die die schon verstärktes Leben hatten bei denen äh schallert das ja noch so ein bisschen mehr rein ähm ja ok ist also im Endeffekt ein schöner Konter für Mioni jetzt fangen die an äh Konter erst Konter für Scha zu machen jetzt für Mioni ich bin gespannt wie sich die Meta dann bald ändert wobei die haben ja jetzt schon mit äh Nautica einen äh krassen blauen Helden reingepackt also vielleicht schwenken wir bald alle zu blau ich bin mal gespannt jetzt wo Nautica draußen ist wie das sich schon verhält in den ersten Kriegen jetzt so ne äh wird interessant gut ähm ja ist ein guter Held kann man jetzt so nicht anders ähm anders sagen wo würde ich ihn jetzt primär einsetzen mhm also vom Prinzip her da er ja schnell ist kann er auch in der Defensive stehen als Eckenheld zum Beispiel das verschmilzt jetzt so ein bisschen ja so mein mein Niveau und vielleicht Niveau sag ich mal jenseits der Top 500 sowas in dem Dreh also der kann natürlich ähm in der Ecke stehen offensiv kannst du ihn sowieso mitnehmen ähm Turniere kannst du ihn mitnehmen Titanen kann man ihm mitnehmen ja weil er macht ja guten Schaden ja sind ja dann 460 Prozent die er macht und wenn man halt wenn er halt einer ist der den höchsten Schwert Wert hat dann äh natürlich auch für den Steinschaden ne das ist auch äh auch kein ähm kein Thema in dem Fall er kann auch theoretisch bei Türmen und bei Events mitgenommen werden wenn man mit einem grünen Event Team spielt es gibt natürlich bessere Helden die zum Beispiel jetzt ähm weiß ich nicht den Schaden auf 3 Helden gleich halten sodass du weißt okay der macht jetzt 400 Schaden auf 3 bumm ja er macht halt dann auf die Benachbarten halt nur 230 ich meine das ist auch schon da er neu ist und hohe Werte hat ist das ja auch schon stark ne ähm müsste man dann halt gucken je nachdem was man dann als Alternative für Helden hat welche da in dem Fall besser sind aber vom Prinzip her da er auf 3 geht könntest du ihn halt auch bei den Türmen mitnehmen und halt auch bei einem grünen Event Team sei es beim Challenge Event oder äh bei bei der Allianz Quest oder bei den bei den Rittern alle möglichen Events die wir so haben ne ja wie gesagt Titan wo er Steinschaden und sowas der hätte jetzt nichts was was ihn irgendwie ähm prädestiniert für als Titan Killer oder sowas ähm nein das nicht ne aber sonst eigentlich vom Prinzip her äh überall einsetzbar ob er an Kandidaten wie eigentlich Schaar vorbeikommt eher nein ja weil Schaar halt auch noch diese ganzen diese Sachen mit dem Dodge macht und sowas aber wir merken halt schon so mit Xiyamara die rausgekommen ist ne die äh Mana Buffs bestraft ähm jetzt kommt er raus ich meine klar es sind halt nur so so Nischenhelden die kommen halt nur in einem Portal irgendwie so vor aber ähm die werden schon einen Impact haben an diversen Helden ne und in dem Fall hier an Mioni gut ja und wir haben zwei Beschwörungen mhm alle drei die wir jetzt hier ausgewählt haben werden ganz nett also gucken wir einfach mal und hauen die zwei raus Rot ist keine Farbe die ich äh wollte ich hab Grün Blau und Lila also mach da mal bitte was Gelb das ist auch schlecht gut damit sind wir durch bei der Taverne mhm ist halt nicht mein äh Fokus Portal deswegen ist das auch völlig in Ordnung vielleicht mach ich mir die Taverne irgendwann mal zum Fokus Portal und dann ähm gucken wir mal sind hier eigentlich die anderen Champions dann auch weiterhin drin weil bei Covenant ist das ja so dass dann wirklich nur die Vorgestellten so drin sind ne schau mal da will ich mal eben gucken so mhm aber so wie es aussieht ist dann wirklich nur der eine Champion da drin ja auch Quatsch also ne jetzt wir kriegen ihn jetzt nicht und dann ist er erstmal weg oder was er ist er erstmal weg und kommt vielleicht irgendwann dann nochmal wieder her wird wahrscheinlich dann beim nächsten Covenant Portal vorgestellt sein oder sowas aber weißt du was das äh juckt mich herzlich wenig ganz ehrlich mhm ja dann sind wir durch mit der Taverne das war's vielen Dank fürs Zuschauen wenn ihr oder falls ihr noch beschwören solltet das geht ja noch äh läuft ja noch ein bisschen dann äh viel Glück und wir sehen uns dann im nächsten Video oder dann halt äh am Sonntag um 17 Uhr im Livestream macht's gut ciao ciao